Ich bin Katharina Kräft, ich kandidiere nun mal zum vierten Mal für den Stadtrat. Ich habe mich in den Jahren sehr dafür stark gemacht, dass wir Kindertagesstätten einrichten, mehr Plätze haben, Schulen bauen, neu bauen und diese dann auch zeitgemäß bauen von der Architektur her. Ich möchte erreichen, dass die Stadt auch im Wachsen weiterhin sozial gerecht und ausgewogen bleibt und dafür kandidiere ich im Wahlkreis Mitte.